Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die lutscht lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Das sagt gerade der Rie. Ja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nix. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zufällig Ihnen, oder? Das? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das hab ich noch nie gesehen. Das haben Sie auch noch nie vor, was Sie vielleicht nicht rauskennen. Das haben Sie auch noch nie gesehen. Die Spätfilme sind zum Erdbeeren. Da gehen Sie jetzt. Da gehen Sie auf. Das hat die Knoten. Das hat die Knoten. Da gehe ich erst mit einem hochziehen. Da gehen Sie zurück zum Erdbeeren. Das hat die Knoten uns 그러. Da gehen Sie hinein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017